Heute werden wir wieder versuchen, den höchsten Rang in Fortnite zu erreichen. Unreal! Und wir sind derzeit Diamond. Deswegen lassen wir direkt anfangen. Aber noch eine Sache ganz kurz davor. Prohe Weihnachten euch ein und jetzt gehen wir rein in die Runde. Okay, Pim, bist du bereit? Erste Diamond-Runde. Yes! Okay, ich lande eigentlich oben perfekt, aber das ist legit keine Waffe. One, 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 one. Das ist legit so Hardcore One. Man, das ist ein HP oder so. Dieser Goofy ist. Hier ist niemand. Ja, ich push raus. Ach, doch. Ach, Mann, ey. Wo ist der? Er noch. Dog! Heller schweig. 70 auf den einen. Bein. Ja. Spannend. Gut. Der arme Brie war mies überfordert. Ah! Perfekt. Ist ein okay, Start. Können wir mitarbeiten. Pader, lass raus. Wee! Hallo! Oh, shit, das ist ein Berg. Kiff aufhört. Uh, der hat flippt auch. Okay, bei mir. Wait. Wo ist er? Ja. 34 nochmal. Der muss nicht ein HP sein. Der killt sich selber. Echt jetzt? What the heck? Okay, hi. Ach. Plötzlich. Das wüscht sich aber. Anderes Team, ne? Mein Jungs, was ist euer Problem? Von vorne, von hinten. Das Lama. No joke. Der geht rüber, nach links. Einen hab ich umgesnipet. Müssen Eier zeigen. Der oben ist one, der oben ist one. Der hat den Snipe-Kast. Das hab ich gesehen. Vor mir hab ich einen gesnipet gehabt. Der Loot ist runtergefallen. 110. Hinter uns. 20. Hat der Muffe einen den? Ich hab auch nicht. Ich hab gesnipet. Ja. Ich muss lospeen. Jumphead? Ja, geh hin. Ich kam nicht hoch, der geil. Der geil, ich kam noch nicht. Von Biggie. Hab ich alles, alles gut. Wo ist das Jumphead? Ist das kaputt oder was? Oh Gott, ey. Ist weg. Klar, Digga. Gehen, ich brauch Hilfe ein bisschen. Ey, ja. Ich brauch, ich würd... Oh mein Gott. Ich f*** mich dieses Spiel ab. Können wir über rechts gehen? Ja, ist einer. Guck. I don't know. I guess it worked. Ich hab nur den Metz mehr. Digga, was ist das denn? Lass mich doch sprinten, Game. Alright, okay. Brauch ich nur Green Life. Dann ist alles gut. Ja, same. Alright. Kriegen wir irgendwo noch Green Life, Alter? Hier unten vielleicht. Ja, also ich bin jetzt wieder stacked, Alter. Lass uns... Das ist auch noch so und noch so und wir müssen halt move'n. Bei uns oben ist einer. Oben ist einer. Usdrafft auf uns. Raus, 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 raus. Auch explosionsiert deswegen. 116, der Pik nicht nochmal. Lass sie weg. Sniped. Willst du pushen? Können wir. Ja, der ist drauf. Du hast Shockwave. Push mit Shockwave. Scheiß drauf. Ja. Ist nicht down, aber... Nein. Beide? Ja, ja. Beide tot. Okay. Wohin? Wir können ja on top. Ruine vielleicht? Ich habe halt nicht so viel Leben. Ich glaube, Ruine wäre geiler. Ist mehr Mitte. Ey, der hat ein Batkit da vorne. Wollen wir den hier pushen, hier vorne? Jungs, bitte. Warum geht die noch auf uns? Halt, 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 halt. Wreckt. Ja. Ja, wir müssen das Schiff so verschwitzen. Dings, Alter. Diamond. Da unten ist one. Da unten ist one. Auch dort. Nice. Boom! In dein Gesicht, Bro! GG! Ey, das war eine richtig starke Runde. Dass die Gegner schon so schwitzen bei Diamond ist, ist ein bisschen unerwartet, aber ist cool. Crank up und... Holy shit. Cool. Das wird eine lange Nacht gehen. Oh. Ach, er hat einen Sniper. Cool. Das sind beide da. Nass, Kacke. Es kommen noch mehr. Shit down, Aiden ist Loser. Loser kennt gar nichts. Oh, oh. Hier. Ich habe keine Matches, merke ich gerade. Ich auch nicht. Ey. Gerade wirklich, ne? Ja! Kriegt der eine goldene Sniper? Ach, nee. Von mir aus können wir gleich weiter. Ich finde aber gut, dass wir nicht gestorben sind, weil sterben tun nur Loser. Ne, Leute? Haha. Ja. Sind wir dann gesehen? Kommt zwei, kommt zwei. Nee, nee, nee. 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 Ich hacke dich. Ich hacke dich. Ist mir egal. Würde sagen, gehen wir zu Peter, denn er hat neue... Treter. Oh, oh. Oh, der dippt ganz weit weg. Hahaha. Würde mir stinken. Hahaha. Tjao, weg mit dir. Wusch. Hey. Was denn? Was fährst du gegen mich? Bro, I didn't see you. Mann. I didn't see you, man. Idiot. Tag ein, man. Los, jetzt gehen wir auf New York. Wui. Immer dasselbe hier. Let's go. Immer dasselbe. Shockwave ist drauf. Meinst du, lass erstmal jemanden snipen. Komm, warte. Da unten. Und es ist einer noch. Die anderen beiden sind da oben. Da, wo ich den schieße. Frack, da unten. Der ist runtergefallen. Nasty. Wirst du beide Münzen? Oder war das nur eine Münze? Oh. Danke, Pin. Was? Ich hab' gepusht. Ich hab' geguckt wegen Münze, ob ich die hab'. Ja, das war nicht meine Schuld, oder? Hab' dich. Okay, brauch' halt nicht. Dicker. Hey, der hat mich in seine Chest-Tone eingepackt hier. Sing's, ding's, ding's. Oh, was er... Oh mein Gott. Ich hab' Minis für dich, Pin. Ich hab' ja keinen Greenlight. Ich muss ja alles nachladen hier. Oh, halt Green, Dicker. Ich bin so low. Bin grad im Haus drin. Ja, ich komm' zu dir. So grad' Greenlight, Pin. Wir fighten jetzt wie'n anders. Wie reißen wir das hier? Ah, hier unten, rechts. Snipe. Komm' wir hin. Low, 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 low. Ein, wir beide. Du bist wieder nachladen. 28, Craig. Kann das nicht mehr, Digga. Ah, jetzt versteh' ich, wo die ganzen Karten sind. Die sind, glaub' ich, wahrscheinlich... Ja, die sind alle bei der Insel. Craig. White, white. I guess. Einer noch. Ich hab' auch grad' auch noch mal geschossen. Hab' mein Mad-Kit dadurch unterbrochen. Vor dir. Im Busch? Im Busch. 120 im Busch. Wozu mach' ich überhaupt das Mad-Kit, wenn ich eben wieder direkt runterfalle? Man! Wenn ich so Hardcore einboxen muss, denn der Elo ist einfach kacke. Snipe. Nochmal Snipe. Tauntenpeen. Crack. Schieß' nicht auf mich. Dead. Bei mir kommt einer. Dead. Ach, cool, ja. Er snipet mich. Mann, ich kann nicht bauen hier. Oh. Ich hab' Spaß. Und dann so. Ach, ja. Easy GG. Zeigen wir auf, wa? Jetzt die Mage und sie sind 99. Fuck. Nein! Ist das kacke. 16 Kids win und dann nicht mal... Oh mein Gott. So, wir brauchen jetzt einen Win. Ziplein? Kommt jemand runter? Und ich pull' ne Sniper hier. Warte, warte, warte. Rechts kommt wer. Rechts kommt wer. Rechts kommt wer. Nein. Ach. Mann, der wollte Save auf dich schießen. Er hat mich nicht gesehen. Ja, wo mich du da warst, weil ich grün bin. Ja. Hast du nur... Hast du Waffen? Ich hab' nur ne Sniper. Ich dachte, wenn du ein paar Kids machst, mach' ich auch ein Paket, weißt du. Ja, das wird doch mal Zeit. Ja, ich denk' auch. Können wir raufgehen. Okay, linke Seite Holz. Der ist los als fuck. Oh mein Gott. Ah ne, hier in der Cone vor mir. Ist ja doof. Ist ja doof. Ich hab' doch abgewartet, dass sie deinen Dings macht großer. Ah, heia. So, ich glaube, die von Snoozy werden sich wahrscheinlich auch langsam in unsere... Digga. Vorhundert, genau vor uns, siehst du? Hundert. Hundert. Lauf da. Fußbüro. Huuu. Er snipe, kid. Er fährt weg. Da kommt noch welche. 150, 150. 50. On me. Noch mehr, noch mehr. Kommt zu mir, kommt zu mir, kommt zu mir. Da war'n Bom. Gesniped. Ah, Mann. Links unten. Ja, warte. Gesniped. Headshot. Unten. Gesniped, Headshot. Shit on. Nichts könnt ihr. Versuchen, einfach zu mir zu kommen. Ja, ich komm doch. Ja, du bist immer noch so ein bisschen langsam, weißt du? Yo, ich hab kein Movement wie du. Und musst du mich healen. Bro, ich hab Flopper. Wo ist das Movement? Ja, dann bist du trotzdem vorgegangen. Ich muss mich doch trotzdem healen. Ja, du bist einfach kacke. Hä? Halt einfach dein Maul. Toxic, wirklich. So toxic. Na, Luca, danke für den Sub. Ja, spiel doch mit Lukas, ey. Nö, das ist auch zu dicker. Mann. Hey, lass mich in Ruhe. Oh, was ein Drift, Bro. Ich bin endlich in Tokio. Oh, shit. Hä? Hä? Bro, ich war Meter weit oben mit dem Drift. Was ist das? Der Rift war ein Scam. Der Rift war ein Scam. Äh, Tanke. Äh, der Bus hält die Stelle. Äh, Zugstation. Jetzt hast du es. Ach, Käsefuß. Ach, Käsefuß. Ach, viel zu low. Wir kommen vor euch. Wir kommen vor euch. Wir kommen vor... Oh, da ist eine Falle von denen. Ja. 50 Crack. Mal weiter. Vielleicht krieg ich die Wand. Hab Wand. Versuch zu halten. Ich hab Schock, weil vielleicht... Ach, du bist raus schon. Ja. Komm mal. Dein 80 Blue bei dir. 38 White. What do you mean? Headshot. Er hat sich schon gerestet? Holy shit, wie schnell. Sonst kannst du raus und gehen wir in den Middle Zone. Gehen beide low peen. Ja, die anderen kommen auch zu dir. Ich hab nichts, um hochzugehen. Warte, kommst du gerade hoch oder so? Ja, ich bin bei dir. Die heilen sich jetzt. Linke Seite siehst du, ne? Ne. 110. Warum ist der Fall? Der kann besser lasern als Gott, Alter. Wie bei mir. Oh, meine AR-S-Leapkin. Ja, Digga. Cool. Kann ich nicht schaffen. Was mach ich denn? Ach, scheiß auf, Digga. Wo ist das Arsch? Ach, Mann. Ist das unnötig. Hätten wir den Winter geholt. Okay, Pien. Wo ist deine Energie, Digga? Du hast sogar gegessen. Hallo, Pien? Was? So. Wir müssen jetzt einfach nur ein paar Punkte holen. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen, weißt du? Bisschen. Ja, ein bisschen. Aber sobald wir ein bisschen holen, haben wir einen Uprank. Okay. Und dann sind wir Elite. Elite! Weil ich hab Movement. Pien, nee, sind Stockwaves. Vier Stück. Vier Stück. Ich hab Movement. Ach so, ja, dann lass mit Movement, so snotty. Pien, kommst runter, oder? Komm, äh. Wir haben vier Stockwaves. Ich hab doch eben alle noch Movement. Nein, ich mein nur. Ich mein doch nur, ey! Ich kann nicht alles tragen, Mann. Will ich dein Zeug machen, oder was? Mein was? 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 25. Was ist euch hingeschossen? Nach oben. Wait, 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 der ist vorbei, der ist wohl lau. Bis dahin. Bei mir. Ab ihn, hopp. Jetzt müssen wir noch, äh, wir könnten zu den anderen Medaillen fahren, falls du Lust hast. Ja, wir können auch einfach mit Placement gehen. Cause we need da Placements. Also Placement bringt dir anscheinend die meisten Punkte, oder? Boah, ich hab keinen Plan. Placement und Kills, aber Kills auch irgendwie nicht und, und, ja. Alles und nix. Wo soll ich hinfahren? Oh, wenn wir da chillen können. Vor uns offen. Ein bisschen was. 100. 100. Wollen wir? Ja. Und hier rechts. Was gesnipht von außen? Und hier. Komm mal. Ab ihn. Hier haben Biggie. Andere müssen auch noch hier sein. Ja. Hier kommen noch ein paar. Hier kommen noch ein paar. Mal kurz, Biggie. Mann, dass ich mitten in der Luft gesniped werde, Alter. Das sind drei, drei Mal Schritte sehe ich hier. Okay. Komm raus hier. Ja, ist in Ordnung. Mann, ist doch gut jetzt. Hier ist doch noch ein paar anders. Komm, Me. Habe ihn. Bro, are you serious? Ich bin über dir. Mach's auf. Das nicht mal. Achso, war nicht deins. Oh, Bro. Ja, Placement Ich hab hier nur 50 FPS, Digger Sorry, gegen die besten Spieler wieder gespielt Wenn du jede scheiß mythische Waffe im Spiel hast, kein Wunsch Ja, komm, wenigstens abrank, scheiß auf Elite Hä, und dann fast 20% Ja, Digger, Placement halt Okay, krass Okay, Leute, wir haben es geschafft, von Diamond zu Elite aufzusteigen Im nächsten Video werden wir dann von Elite zu Champion aufsteigen Lasst gerne auch noch oben und ein Abo da für mehr Road to Unreal Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, ich liebe uns, ciao